Musik Willkommen zu Star Stable Horse, die neue App von Star Stable. Und hier gibt es die Möglichkeit, sich einen Mustang-Fohlen auf Level 10 groß zu ziehen und es dann ins Spiel zu implementieren. Und das werden wir jetzt mal machen. Ich hoffe, es funktioniert auch über einen Emulator, dass man dann das Pferd ins Spiel bekommen kann. So, starten wir das Ganze mal. So, willkommen bei Star Stable. Ziel. Zur Zeit gibt es so viele Mustang-Fohlen in Jorvik, um die sich gekümmert werden muss, dass deine Hilfe gefragt ist. Ja, Ziel des Spiels. Ziehe deinen Fohlen auf, bis es Level 10 erreicht. Du kannst das Pferd dann mit Hilfe von Star Coins zu Star Stable transferieren. Der Preis ist derselbe wie in SSO. Aber es wird ein Level 10 Pferd sein. Oder du startest die App erneut und spielst weiter. Ja, ich habe schon einige davon auch im Spiel gesehen. Auf der Star Stable News-Seite hieß es aber, 10 Tage braucht man, bis ein Fohlen Level 10 erreicht hat. Und ich muss sagen, ja, sie sehen alle sehr schick aus. Auch als Fohlen schon. Ja, was haben wir hier? So, ein Falben. Kann man vielleicht so sagen. Ich bin mir da nicht sicher. Bugskin. Naja, so richtig nach Spirit sieht er nicht aus. Da hat er keine schwarzen Beinabzeichen, sondern weiße. Aber auf jeden Fall auch sehr, sehr süß. Dann der Schimmel. Ja, knuffelig auf jeden Fall. Auch wieder ein, ja, rosa Mäulchen. Aber das fällt beim Erwachsenenpferd, finde ich persönlich, nicht ganz so doll auf. Und dann haben wir den Schecken. Und ja, auch der hat leider wieder so ein bisschen die rosa Nase. Ist aber nicht so schlimm wie bei dem Tiger-Schecken. Und deswegen werde ich dieses Tierchen nehmen. So, einen Namen habe ich mir auch schon überlegt. Ich muss es nur finden. Jetzt hat man garantiert, dass Maus geklickt. So, was ist das denn? Da, Storm. Storm Cloud. Und dann schauen wir mal, was wir alles so mit unserem Fohlen machen können. Ziehe deinen Fohlen auf, indem du tägliche Aufgaben erfüllst. Du findest die Aufgaben in der Box links oben. Du kannst das Spiel von vorne beginnen und ein zu jeder Zeit ein neues Fohlen im Menü auswählen. Okay. Also, wenn er uns nicht mehr gefallen würde, dann würden wir wahrscheinlich einfach hier oben... Aha. Genau. Hierüber würden wir dann ein neues Pferd bekommen können. Da möchte ich jetzt noch nicht einfach so draufklicken. Schauen wir mal. Erstmal die Aufgaben. Auftrag. Erfülle tägliche Aufgaben, um mehr Training freizuschalten. Ja. Fangen wir mal links an. So, hier wird das Fohlen gewaschen. Ja, das könnte man doch eigentlich auch bei uns im Stall machen. Jetzt erstmal schön einschäumen. Wir haben ja extra jetzt einen Waschplatz. Von daher wäre das doch gar nicht so abwegig. Das Gesicht lassen wir mal frei. Ich glaube, meine geht gar nicht. So, und jetzt das Ganze abwaschen. Auch süß. Und dann kommt ein Herzchen. Glückwunsch. Auftrag erfüllt. Sehr cool. Ja, was haben wir dann noch? Bestimmt Bürsten. Ja. Hier ist eine Bürste. So dreckig ist er jetzt da noch nicht, aber... Egal. Das stärkt ja die Bindung auch zwischen Pferd und Reiter später. Und momentan halt derjenige, der es aufzieht. So, Glückwunsch. Auftrag erfüllt. Ja, man sieht schon hier unten, das wird ein bisschen mehr. Wir nähern uns Level 2. Dann das Hufe auskratzen. Okay. Okay, wir müssen nur einen Hof sauber machen. So, auch dieser Auftrag wurde erfüllt. Und... Ja, was zu trinken. Ganz wichtig. Oh ja, da geht aber schnell alles weg. Ja, Auftrag erfüllt. Man sieht, die Leiste steigt doch recht schnell. Und was haben wir jetzt noch füttern? Nehmen wir mal die goldene Mitte. Schauen wir mal. Ich hoffe mal nicht, dass das einen großen Unterschied macht, was man da auswählt. So. Gut, das war's. Dann aber uns wird noch eine Aufgabe. Aha, Training. Das muss man natürlich auch machen. Okay. Oh, wie süß. Und er guckt dann in die Richtung. Voll knuffig. Ja, das ist jetzt ein bisschen schlecht. Training abbrechen geht nicht. So. Okay, das hat noch gezählt. Das sind bestimmt die Fehlversuche hier unten. So. Levelaufstieg. Levelaufstieg. Und alle Quests für heute erledigt. Im Menü unten warten noch andere spaßige Sachen auf dich. Ja, schauen wir uns das mal an. Das sind die drei Pünktchen hier. Was ist das? Ach so, hiermit können wir in den Stall wechseln. Und hier können wir dann nochmal füttern und putzen und tränken. Und was war das? Ach, Rufe auskratzen. Aber ich finde es bis jetzt sehr süß gemacht. Also gut, das hier sieht aus wie unser alter Stall, würde ich mal sagen. Aber ich mag's. Also grafisch nicht schlecht. Also dafür, dass es ein Handyspiel eigentlich ist. Eigentlich für, ja, Smartphones oder Tablets oder solche mobilen Geräte. Und was können wir noch machen? Leckerchen geben. Hm, Karotten. Ach, wie süß. Oha. Wie viele Karotten haben wir denn hier zur Auswahl? Na, ich hoffe mal nicht, dass es ihm schaden wird, wenn er jetzt ein paar mehr bekommt. So, gleich noch die eine hinterher. Und jetzt guckt er sich um. Oha. Sehr cool. Das Herz. Och, wie süß. Der genießt das richtig. Ja, doch, ich denke mal, dass man dann vielleicht doch ein bisschen mehr an den Pferden hängen wird, die man großgezogen hat, als die, die man erwachsen gekauft hat. Sehr süß. Und was haben wir hier noch? Eine Kamera. Okay, zoomen. Aha. Den Winkel. Ja, und versuchen wir doch mal ein relativ schönes Foto hinzubekommen. Und ein sehr schönes wäre natürlich auch nicht schlecht, aber... Ach ja, warum nicht? Ich schaue dann nachher mal, wo die überhaupt hingespeichert werden. Und ich hoffe, ich finde sie. Ich hoffe, ich finde sie. Ah, man kann auch sagen, wo es hingehen soll. Das ist natürlich nicht schlecht. Dann suchen wir uns jetzt mal einen etwas schöneren Platz. So. Das ist doch gar nicht so schlecht. Da hat man dann wenigstens nicht die Schubkarre im Hintergrund. Guckt auch schön in die Kamera. Ja, der zappelt nicht ganz so viel rum, wie die Erwachsenen. Und er frisst auch nicht so oft. Ach ja, hier ist ein Korb mit Äpfeln. Na gut, der steht da falsch. Gucken wir mal, weil die da irgendwie einigermaßen vernünftig hinbekommen. So. Ja, das ist doch wohl süß. Süß gemacht. Eine sehr schöne Idee. So, ich glaube, das reicht jetzt aber erstmal an Fotos. Und, ähm, aha. Kommen wir für Macrests in 23 Stunden und 56 Minuten zurück. Ich nehme mal an, das wird dann, ähm, ja, alle 24 Stunden soweit sein, dass wir das Pferd verpflegen können. Und da wir jetzt auf Level 2 angekommen sind, denke ich mal, dass man pro Tag ein Level schaffen wird. Ja, sehr cool gemacht. Achso, hier kann man es auch rumschicken. Dann bewegt er sich mal wenigstens ein bisschen. Sehr süß. Ja, dann bin ich mal gespannt. Es sind ja schon einige mit den, ähm, erwachsenen Pferden unterwegs gewesen, auch in Star Stable. Äh, selber gesehen habe ich bis jetzt nur den Schecken, ähm, die anderen nur aus dem Star Stable Video. Aber, ähm, ich denke mal schon, dass ich mit dem Schecken, ähm, doch erstmal die richtige Wahl getroffen habe. Und die anderen kann man sich ja dann trotzdem noch holen. Na gut, das war's dann aber für heute. Wir sehen uns dann in einer neuen Folge wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Musik